Wir nehmen den Pumpe in Sessens. Eins Bein hinteren. Wir nehmen den Pumpe in Sessgespalten. Wir legen den Pumpe an. Die Hände stabilisieren. Die Schulterplatte setzt. Frechne Halte. Jetzt ziehst du hinter den Pumpe. Die Schulterplatte zusammenziehen. Die bleiben nicht zusammen. Der wird wieder gestreckt. Aktiv die Pumpe. Die Schulterplatte unten halten. Die Hände stabilisieren. Der ist die Schwammkante. Die Schultern nicht gegen die Wurmen ziehen. Die Schultern nicht gegen die Wurmen ziehen. Aber gegen die Wurmen ziehen. Jawohl. Super. Ausatmen. Einatmen. Ausatmen. Super. Sehr gut. Die Schulterplatte unten halten. Brust bei Hohen. Die Schultern müssen in der Schulterrille aufwärten. Die Schulterrille sind in der Schulterrille. In der Schulterrille. Und sehr gut. Die Schulterrille. Die Schulterrille hat das republicano." Benuttreffer. Die Schulterrille. Die Schulterrille haben sich in der Schulterrille. Hier ist die Schulterrille. Die Schulterrille müssen. Und nur einmal, sehr schön.